Dampfschrift nach Argentinien in der Übersetzung von Anna Lorenitschke 9. Kapitel, Mitte des Buches Anhand all dieser Papiere, Fotos, Notizbücher und Aufzeichnungen kann ich mir jetzt eine, vielleicht nicht ganz unrealistische Vorstellung von seiner Reise, seinem Leben in Argentinien und seiner Begegnung mit Maria machen. Argentinien selbst bleibt für mich ein Traum und Mythos. Ich weiß alles über die Münchner Parks, Pariser Cafés und provinzalischen Strände, aber ich weiß nichts über Buenos Aires, geschweige denn über Rio d'Avier, das hier sogar auf der Karte nicht leicht zu finden ist. Mit anderen Worten, Argentinien bleibt für mich der sagenhafte Ort, die Verneinung, alles Gewohnten, das Land der Antipoden und Raum der Unmöglichkeiten, das es für Alexander Vosco und natürlich Wladimir Grave gewesen war, bis sie die Gangway im neuen Hafen von Buenos Aires hinuntergegangen waren. Neuer Hafen, neue Welt. Er war in die neue Welt gereist, wie in eine andere Welt, in die Anderswelt. Gen Sonnenuntergang, gen Westen. Ich reiste nach Argentinien, um zu sterben, schreibt er in den Entwürfen für seine Lebensbeschreibung, die ich im Langedoc gefunden hatte. Ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, schreibt Alexander Vosco am Ende seines Lebens auf Deutsch in der Korrentschrift seiner Gymnasialzeit, die damals kaum noch jemand benützte, dass ich Wladimir Grave auf dem Schiff begegnen sollte, konnte nicht einmal etwas derartiges denken. Dennoch war Wladimir Grave schon in meinen Gedanken anwesend. Das war das Erstaunlichste. Ich lag in meiner Kohe, in dieser auf- und niederschaukelnden Kohe. Seekrank war ich nicht. Ich fühlte nur Verzweiflung, die dumpfe, schon fast vertraute Verzweiflung, in der ich die letzten Jahre vor der Ausreise gelebt hatte. Ich träumte nicht von einem neuen Leben in der neuen Welt, hatte keinerlei Hoffnungen. Ich reiste nach Argentinien, um zu sterben. Manchmal war der Seegang so stark, dass die gemeinsamen Mahlzeiten für die Passagiere abgesagt wurden und der Steward mit ungewöhnlich geschmeidiger Geschicklichkeit das Essen auf einem Tablett in die Kajute brachte. Dieser Steward ist mir aus irgendeinem Grund in Erinnerung geblieben, obwohl er gesichtslos war, wie manche Schaffner in Zügen. Ich wusste nicht einmal, ob er Italiener oder Spanier war oder im Gegenteil Schwede oder Däne. Es spielt auch keine Rolle. Mit mir sprach er in gebrochenem Französisch, obwohl er auch zu scherzen versuchte, sehr platt und dumm. Das Schiff war ja unterste Klasse. Er kam und ging. Wahrscheinlich dachte er, mir sei schlecht. Mir war tatsächlich schlecht. Aber nicht so, wie er dachte. Wie wir eine Wunde aufreißen oder die Stelle kratzen, an der es uns juckt, so stellte ich im Geist die Liste meiner Verruste und Niederlagen zusammen. Ich wurde 50, Zeit, ein Fazit zu ziehen. So zog ich also das Fazit, schreibt Einwey in seiner Korrentschrift, die mir jetzt solche Mühen bereitet. Ich bemitleidete mich nicht. Selbst Mitleid ist mir fremd, glaube ich. Dennoch wurde ich den Gedanken nicht los, dass, wenn unser Schiff auf einen Eisberg oder eine Miene aufliefe, niemand mich beweinen würde. Ich hatte ja niemanden, außer einem fremden, mir gegenüber feindselig eingestellten Sohn und einer Schwester, die vor dem Krieg geheiratet hatte und nach England gezogen war. Mein Vater war schon lange tot und meine Mutter vor kurzem gestorben. Ich hatte sie sehr geliebt. Es ging mir schlecht ohne sie. Beide. Auch die Frau, die ich einmal geliebt hatte, war tot. Die Frau, die ich vielleicht nach wie vor liebte und von der ich mich so dumm getrennt hatte. Und so dumm war sie gestorben. So dumm und unnötig hatte sie sich geopfert. Und so dumm bin ich. Und so dumm. So dumm und schlaggischen cáchkontrol tiro recycle Ordnung,